So, hallo, willkommen zurück zu der Spirma Party Acht, jetzt geht es weiter gehen. Oh, Bowser fällt! Er kriegt einen zweiten Stern. Er wird bestimmt auf die anderen Duell steuern werden. Also kann ich den Schild mit 40 oder 50 Münzen halten. Das sind ja schon 70 Münzen. Nein, nicht die böse Truhe! Fest dich, du scheiß Teil, Alter! Kassel, dieses Ding, ey! Was er für den Duell gegen mich machen? Nüssteuer, er hat doch einen Kindstern. Hab doch einen Kindstern und Blindfisch, Alter! Der ist vielleicht doof, ey! Ja, Münzen, der kriegt den Stern von mir! Sei denn, er kann hacken! Lieber Sky-Guy! Sei denn, er kann hacken mit Werber, Alter! Oh, ne, er verliert automatisch! Oh, ne, er verliert automatisch! Da muss ich mal nach vorne rollen! Das kenne ich aber nicht! Gut, dass ich den Stern habe! Aber Infasybizid werde ich auch nicht spielen! Piss dich rum! Alter, ich wies noch mal bitte mit... Wolltest du jetzt mal da? Ich war kackt! Wow, das war... Einfach als gedacht! Schade, ich würde jetzt übelst failen, aber doch nicht! Nice! Hehehehe! Eigentlich nur zu beschützt, Alter! Oh, der war so die anderen Folgen, Alter! Fünf, fünf, fünf! Yes! Der silberne Preis! Hehehehe! 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 Geil! Ach so, damit sind wir zurück! Uh, der Trost beiß! So, ok! Was kommt der jetzt da? Hoffentlich irgendwas einfacher! Ja, das könnte ich verkacken! Ja, das könnte ich verkacken! Automatisch! Stern, wir wollen nicht groß erklären! Aber ich verstehe nicht, warum Dom Tensu denn nicht spielt! Er hat Mario Party 9, ist wieder nicht Mario Party 8! Er mag Mario Party 8 und 4 nicht! Ach so, 3 nicht! Woah! Komm schon Henbisch und Annyz! Das ist nicht... Ich habe noch eine Gewicht. Ich bin so oft auf der Brücke! Ich bin so oft wie... Ich bin so oft auf dem Trizei. W tenho nicht so oft auf dem Trist einen... Ich bin so oft auf dem Trist einen. Tom die Uhr Wow noch so davon Dachte ich Doppelfähig um den Bieten Ist ja geil Das war nice Das war echt nice Leute Boah rüber Ah scheiße Die haben wir weg auf Osaian Die würde mich killen als er ist für dich tot Nein doch nicht Springbombungen halten Das kann mich wohl nicht so von Duell weghalten Spong ist dran Nööööö Feuern Feuern Ich blöde dich liegen Toto Oh ey das gibt's doch nicht Warum musst du immer auf Rot landen Ist nicht für ein Arschloch ey Oh ey Daniel kommt schon wieder ey Alles bloß sein Sein Age vs äh klare Werbung Warum jetzt heißt Oh der war nicht schlecht Bitte Geh doch auf Rot eyla Das war Warum nicht viel Tod ist Und Warum uns Tod nicht quälen Ja 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 Das ist ein Problem, was? Oh nein! Das kann ich nicht. Ich habe vergessen, die Tomaten. Mav hat die einzelnen Fiete immer bestraft. Außer beim letzten Level. Ja, damit es auch da ist. Lauf, Ugo, lauf! Also, wenn ich immer sage, dass es keine Nichte gibt, dann gewinne ich irgendwie. LOL Ja, das haben wir natürlich. Ein bisschen Hackieren tut immer gut. Schlagern! Ich trotz mir noch Brunzerkarten, auch wenn ich Fieter bin. Ne, den setz ich erstmal nicht hin. Ist ja wohl auch gut, ey. Dann kommt ein Urteil. Noob! Ich würde mich beeinspangen, bevor der Stern weg ist. Jetzt ist er im Zug! Yeah! Yeah! Nice! Oh, Fario. Was ist denn das? Oh, Fario. nicht schon wieder heute habe ich nur pech ich wollte es nicht, jetzt spiel es los ich habe Bewegungsstörungen, das ist immer so schrie schwierig schulzen in Farbe Hallo Frau Schulze, was geht? warum muss die Fernäge unbedingt Geräusche machen? 1902 schulzen in Farbe 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 Und ich dachte, er wäre bose, Alter. So lange nicht. Doch, Spang, jetzt aber. Na also. Geht doch, Bengel. Ey geil, da kommen wir bestimmt auf die Panzer, wenn etwas verändert wird. Selten sind es wie am Anfang. An den Nachmittag steht der Ausdruck auf Wacherschlitter, damit ich nicht hinterherkomme. Aber jetzt sind wir uns die München, die aufs Wacherschlitter jetzt sind. Der Rest ist ja die Glucksache. Das ist jetzt verändert. So Leute, mal kurz einen Cut.